Hallo? Wo steht die gerade? Stimme! Was wollt ihr denn? Ich hab das jetzt mit 24. Sehen! Sehen! Entweder ich sag ihm, er soll die Waffe runternehmen und er schießt ihn! Tja! Ja! Servus! Hallo Lorek! Warte mal, ich hab dir ausgesehen, ich kann nicht verstanden! Ja, Moment, ich hab's gehört! Wie bitte? Aber... Ich hätte ihn erschießen! Oh, der wird erschossen, ganz einfach! Sag mal, bist du am Waffe holstern oder du bist es? Ja! Wo bin ich schnell weg? Ja, behöver ich schnell weghaus! Der hat sich umstellen, Joby, meinst du? Der hat sich runtergenommen, der hat... Ja, der hat sich schon... Der hat die Waffe schon lange unten. Das soll sie einfach holstern, fertig. Hat der. Aber wie können sie denn das ganze Haus umstellen? Sie sind doch noch zwei Leute. Ich komm jetzt auch noch. Wenn ich gerade auf der Feria-Licht geguckt habe. Der ist hinter dem Container verschwunden. Der ist hinter dem Container verschwunden. Wenn ich ihn nicht sehe, erschieße ich ihn noch. Ja, du kannst jetzt draufschießen. Soll ich ihn erschießen? Doch, aber der ist hinter dem Container, hat er sich versteckt. Willst du jetzt kommen oder wir erschießen ihn? Ihr sind nur zwei Leute. Warte, ich bin unterwegs. Ich bin hier vorhin einmal komplett... Ich bin hier vorhin einmal komplett... Ach, man hat hier die sinkt so ein schwuler Ding rum. Wieso wollen sie denn bitte schon Bambi erschießen? Okay. Ich habe ihn. MUD sinkt hier so einen cooler, also Taktifu, jetzt kommen oder er wird erschossen. Da ist uns Gankversteck Da ist uns Gankversteck Gegen, gegen wen schießen wir? Gankversteck, gegen wen schießen wir? Gankversteck, gegen wen schießen wir? Gankversteck, gegen wen schießen wir? Was, ich komme auch gleich, ich kann gerade nur nicht mit einem Heli fahren Haben Sie getroffen, den siehst du? Na, die sind Seidliche Tür ist offen, war das? Ich weiß nicht, die Wackhausen auf 6 Du musst da irgendwo rumrennen, ah der hat ganz oben rechts in der Ecke Ich komme von hinten Ich komme von hinten Ganz oben rechts in der Kühnerfache Jetzt schleicht den Boden, von der siehst du Ja, ich bin schon hinten, aber ich habe nur dieses Ding Und hinten ist die Tür offen Lonek, du hast da ja die Treppe und unten ist da der Balkon Und da ist an der Treppe ist eine Tür Ja? Wenn du die Türe aufmachst und der im anderen Ende hockt Dann lehnst du dich da um die Ecke und fixst ihn weg Ich bin mal Pizzi dabei, ha! Also unten, ich habe einen Dietrich dabei Ich weiß jetzt nicht mehr wo ich, ich habe jetzt gerade etwas gekippt, weil ich bin jetzt im Anzug Ich weiß, ich habe die Ausrüstung gerade Komm die drücken nicht durch Ja, da darfst du nicht geduckt sein Tag! Tag! Nein, der ist mit einem anderen im Gang halt aus Direkt im Gangversteck in dem Haus Im Gangversteck Ich sehe ihn, ich sehe ihn Dann knallen ab Ich glaube zu euch kommt gerade gleich Das waren zwei Drei Da ist einer, der liegt noch Ganz Anfang Bei der Treppe Habe ich nur einen gesehen, der hat jetzt auch die Fuck Wer ist der noch? Wer ist der noch? In dem Raum? Den ersten Raum ganz vorne links Die Die Ich habe 1,8 Da ist Ach, A oder? Da ist noch einer, ja? Könnte doch gar nicht so viel sein Mach doch Der andere liegt Ich habe 1,3 Kilometer, muss ich jetzt zu euch rennen Du kannst nun respawnen Scheiße, will ich nicht Ja, dann ruf einen, äh, Medic Oh, der Notarzt, der war vorhin da, der Schulte Der kommt auch, glaube ich, einer zu euch Da kommt auch, glaube ich, einer zu euch Beine befahren Sorry, stimmt, von den Waren habe ich nicht gesehen, Alter Ja, passt schon, die waren gelegen Den habe ich zu spät gesehen, wo ich rausgekommen bin und geschossen habe Weißt du? Dann war es zu spät, dann war ich schon mitten drin Also, wo liegen die jetzt? Oben im Gang-Verstöck, oder? Ja, im Gang-Verstöck, in dem Gang-Verstöck Ich glaube, ganz oben, wenn sie davorsteht, ganz oben rechts in der Raum Okay Wenn nicht, können wir noch 2 sein, glaube ich Ja, pass auf Einen habe ich erledigt Oben Entschuldigt überhaupt nichts Ich finde, wenn man vergeben ist, dann seid ihr mal auf vollwerden Und wenn man auf keinen Seite ist Ja, auf jeden Fall ist dieser eine Typ noch da, diese Also, ich komme von hinten ins Gang-Verstöck Also, ich komme von hinten ins Gang-Verstöck Ich habe noch 900 Meter Ach, ne, bei mir in dem Raum ist einer, glaube ich, immer im Gang-Verstöck Ne, glaube ich nicht Ne, glaube ich nicht Ne, glaube ich nicht Wappen Wo oben an welcher Tür? Balkon-Tür Ja, ich habe jetzt nur 600 Meter Ich kann schon mal gucken, ob ich da rüber snipen kann Ich hätte uns gelassen Ne, wie der Eisen-Tür von den beiden rum, ne Ich bin ganz müde, der steht gerade Ich bin ganz müde, der steht gerade Wo sind die jetzt alle? Bei mir nebendran im Raum Im Gang-Verstöck Lack ist doch im Gang-Verstöck, oder? Nein, nebendran im Haus Besser Gebäude, meine ich Wat? Da hat andere Gang-Verstöck reinzu... Also... Warte, warte Ich lieg draußen Eine, die Tür auf dem, dann nicht laut W-Welchen hast du denn bei mir? Bis zum nächsten Mal.